Willkommen zu Tales from the Borderlands Ja, letztes Mal mussten wir uns entscheiden, was wir tun Und das könnte sich ausgewirkt haben, unsere Entscheidung Und wie das werden wir dann wahrscheinlich in der jetzigen Episode 3, glaube ich, sehen Letztes Mal haben wir die Crates, nee nicht die Crates, wir haben gesehen den Schluss Wir sind in der zweiten Episode Und heute machen wir die dritte per Anhalter unterwegs Back so soon? Was ist der Rache? Okay, okay, sit down, shut up, and pay attention Die Misfit Vault Hunters haben die secreten Location des Gortys Projekt But getting there wouldn't be easy Hyperion had not forgotten about their renegade employees And the native Pandoran wildlife was, uh, just getting to know them They escaped with their lives, but not much else Out in the wasteland, the former middle manager discovered handsome Jack riding shotgun in his brain While having a shotgun pointed at his head A precarious position to be sure, but nothing compared to the con artist The price on her head had attracted all kinds of thugs and gunmen You'd think that would have been the end of her story But hey, you never know when a polite reprogrammed killing machine will drop in and save the day Was she bothering you? Back on the trail of the Gortys Project, they found a wondrous hidden city Risen from the corpse of a ghost town But unfortunately, their moment of awe and victory was to be the advantage of their opponents Taken hostage and forced to surrender the keys to the kingdom They had to go all in on one last gamble This chapter of the story begins with the questionable choice to trust The Pandoran Hustler So, that must have been a tough decision What, he's supposed to trust the psychopath? At least the psychopath had a plan That's fair Why did you choose Fiona? Especially when you consider your obsession with Jack Well, I trusted her I mean, what can I say? She never gave me a reason not to Thanks Hmm, that's interesting You're a team This car, when it gets tough, you stick with your team in a situation like that It was the only choice Obviously it wasn't Look, someone had to take the initiative It wasn't like there were a lot of options I don't suppose there's a spare for the spare Well, if there is, I'm not changing it this time We're close We can walk it from here Where the hell is here? Yeah, and why is it where we are? I'll tell you when I find what we're looking for So, what happened next? Well, things started out fine Huh, so this was your plan? Just give me a light, so I can see what I'm doing Fine, here Let's move Well, where are we? Where are we even going? Because we're not helping them I don't know what they're doing Oh, good Ich hab' ein ganz komisches Gefühl dabei Wir müssen zurückkommen Bon und Sascha Ich weiß Ähm, Fiona? Ja Das klang nicht gut Und ich hab' ein ganz komisches Gefühl Sorry, Gary What's going on? Shut up Bon You find anything yet? Nah, Gary's dead Who? Gary Oh, right Just find them and we can put an end to all this Huh? Ich glaub' nicht, dass die freundlich sind, die Typen Hey, just come out, all right? Honestly, I will probably hurt you So, how quickly you come out will probably have to do with how much I hurt you So, if you come out quick, then... Dandy Just getting that out there What the hell is... Das war ich nicht gewesen, das war das... Wie... Holy crap Das war ziemlich dumm Das war ziemlich dumm Okay, okay... Okay, wie kann ich Ihnen das befehlen? Das war ziemlich dumm Das war ziemlich dumm Das war ziemlich dumm Das war ziemlich dumm Okay, muss just... Okay, aber die haben einen Takt, die Dinge Uh-huh Hands off! Das war ziemlich dumm Oh, Scheiße. Sind Sie okay? Ja. Wir können hier in die Lobby kommen. Nein, wir brauchen Gordas erst. Du hast es nicht getroffen? Fokus, Reese. Wir brauchen Gordas zurück oder das ganze Ding schlug. Aber wie? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass du deine Hände an genau dem richtigen Moment schlugst, damit die Turrette sich einschalten und sich abblicken. Wir haben nicht viel Zeit. Wer weiß, wie lange Vazquez sich Sascha und Vaughn umdrehen. Du schlugst etwas! Oh, klar. Du hast mich nie gesehen, etwas zu schlug. Schade? Es ist nicht gut, nein. Das war zu spät. Versuchen wir es gleich nochmal. Oh, Scheiße. Sind Sie okay? Ja. Wir können hier in die Lobby kommen. Nein, wir brauchen Gordas erst. Du hast es nicht getroffen? Fokus, Reese. Wir brauchen Gordas zurück oder das ganze Ding schlug. Aber wie? Du hast es alles planiert. Du schlugst dein Hände an genau den richtigen Moment, damit die Turrette sich einschalten und sich abblicken. Wir haben nicht viel Zeit. Wer weiß, wie lange Vazquez sich Sascha und Vaughn umdrehen. Nicht schlecht, Reese. Ich habe meine Momenten. Eine, so far. Ich habe mehr. Du hast nur noch gewonnen. Tatsch-Tor! Oder... Scheiße, ich weiß nicht. Tatsch-Tor. Tatsch-Tor. Tatsch-Tor? Tatsch-Tor? Geh das. Ich gebe dir einen Bust. Tatsch-Tor. 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 Geh das. ح Einfach nur Hi, sagt Loll. Ins Gesicht. Das war ein Volltreffer. Ja klar, snatch das Ding einfach runter. Ich hoffe mal, dass Vaughn nur betäubt ist. Das war ein Volltreffer. Holy crap, was hat mit ihm passiert? Wichtig ist, das ist ziemlich wichtig. Äh, schau dich mal kurz an, wenn du noch wachst. Er hatte nur ein kleines Erkrank, mit einem zappigen Roboter. Vielleicht war es meine Schuld. Okay, naja, hoffentlich können wir ihn trotzdem raus. Hey, ein Moment an die Suggestionen hier, Leute. Hast du eine extra Schuhe? Da. 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 Loser-Bot, bleib auf die Statue. Sascha, los geht's. All I can do... Come on, hurry up! Trying. Please wait. Thanks for the help, Fi! Das nenne ich mal ne ruhige Kugelschiene. Und tschüss. Fängt schon geil an, die Episode 3. Äh, wer in der Hölle ist das? Freunde von dir? Hold on! Ich glaub, das ist ein Anfangskomitee. Valerie, die Nummer 1. Ich bin misstrauisch. Hm, vorbei ist auch wieder nah. Du bist der Leader von diesem Outfit? Hey, du bist gut, buddy? Das stimmt. Was ist das? Chegier. Da ist sie. Du erinnerst mich? Great. Diese jackasses. Oh, sie erinnerst mich. Oh, ja. Du siehst, äh, anders. Waren es nicht die Typen, die uns vor kurzem noch ans Leder wollten? Ja, Mann, sie weiß. Jetzt bin ich erst recht misstrauisch. Calm down, Finch. Sie ist derjenige, der mir ausfohlen hat. Oh, ja, sie hat es gemacht. Bitte. Just, just let me shoot that girl in the face. Get back in the truck. Du bist eine Nuisance. Ich auch. Aber, Mann, ich hatte nicht... Also, was ist es, was du willst, Dad? Warum hast du mich immer in Trouble? Das Lächeln gefällt mir gar nicht. Ich glaube, die will den Schlüssel, oder? Fee? Hmm. Ich sehe, warum du bist Felix's Favorit. Don't be surprised. I've known about you two for as long as you've been lifting watches. But I'm out 10 million bucks, because someone turned a simple deal into a complete shit show. Oh, someone has to pay for that. Looks like we have a couple new contestants. This isn't good. Okay, okay, I know how it looks. Things got a little messed up, but... Shut up. I'll deal with you later. I just want to say, I had nothing to do with this. Aha. Who is to blame here, Fiona? Na ja, du bist auch nicht besser, Freundchen. No, I just... I just need her to know. She's gonna say, it was my fault, and it's not. Yeah, and Vasquez, he's the one to blame here. Did she say me? Really? And none of this would have happened, if he hadn't screwed up the deal. Oh, she's lying. She is lying, Valerie. Please, you have got to believe me. It's not my fault. Look, I know you're super pissed, but we've got the Gordy thing, and it is going to get us a fault that is worth way more than 10 million bucks, just like we told you. Everything is fine. We're fine. So this is what I would like to say. Yeah. Yeah. That's our little moneymaker. Huh? Then I guess I don't need you anymore. Oh, what? No! Oh, no! No! Ah! Ich würde sagen, das war's vom Arschloch. Ich glaube, ich brauche keinen von euch. Ich wusste doch, ich kann dir nicht trauen. In die Fresse. Sorry. Whoops. Ja! Das ist wieder typisch Borderlands. Wo war ich? Du warst im Mittelpunkt dieses. Ich hatte Gordys zurück. Ich bin auf dem Weg. Nicht hier! Wir müssen gehen! Das ist nicht vorbei! Du bist derjenige, es sieht vorbei zu mir! Nein, es fühlt sich sehr anders als das. Ich werde dich wissen, wenn es passiert. Ich werde dich wissen, dass ihr alle einfach komplett dumm? Ist das eine Art Art Trick? Weil ich nicht... Ich bin hier, um dich zu helfen! Ihr Idiot! Oh. 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 Ist das euer Ernst? Das ist der Kammerschlüssel. Hi Gordis, willkommen in der Kammerschlüssel. Danke, ich bin so glücklich hier, das ist alles wirklich spannend. Niedlich. 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 Niedlich der Kleine. Ist er kriegt, weil er schade oder weil er glücklich ist? Ich glaube, er schade, weil er nicht glücklich ist. Oh. Wir sollten ihn wahrscheinlich ein paar eyedropen oder was. Oh, cool. Du hast einen anderen Robot. Es ist sehr schön zu be... Wie geht dein Tag? Es ist ein nächster Tag. Gordis, hi. Hi. Warum sagst du uns ein bisschen über dich selbst? Okay, woher zu beginnen? Jetzt, ich weiß nicht jeden Detail, aber ich wurde von Atlas gegründetet als ein last-ditch effort zu kommen, um die Witches der Welt zu kommen, um die Hyperion Leute zu kommen. Wir sind noch ein. Atlas hat Facilität all over Pandora, um die Schäden von mir zu machen, um es schneller zu machen. Aber dann, »Bat Lady«, »Bat Lady«, «Bat Lady«, Ah, der Kleine ist schon cool, aber ich glaube, der kann nicht mehr mit. Oh, er ist, ähm... Oh, er ist, er ist tot, Gordes. Oh, das ist schade. Nein, nein, er war eine schlechte Person, wirklich, wirklich schlechte. Oh, naja, gute Rinds, dann. Hey, ist da ein Video in diesem Ding? Oh, ein Checkpoint. Ja, das ist eu Hope. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020